Hallo Freunde, ähm, ich bin hier gerade mal angeln gewesen, ja, also ich habe hier, ne, immer so zwischen den Aufnahmen pausen, wenn ich dann so hier so durch das Quest, durch Gebiet und zwischen den Aufnahmen, da gehe ich dann immer mal eine Runde, wenn ich das hier so wie hier gerade sehe, so ein Fisch-Schwarm, dann nehme ich den einfach mal mit, aber was ich gesehen habe ist, äh, ich zeige mir gerade hier auf der Karte den Punkt, hier Haupteingang Donnerdings, da gibt es einen Schatz, ein Schatz am Donnersee, ja, was sagt euch das? Nichts, ne? Die meisten kennen ja nur Windetutsch, ein Häuptling Abahachi, ne, Häuptling der Abahachi, ne, da finde ich da jetzt wieder mal was du jemals, da, so, naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen jetzt erstmal mit der Quest weiter machen, Ja, und ich habe ja, übrigens mir geschworen, die Jungs hier im Standort loszugehen. Bümschen, so. Die Erdenmutter behüte euch. Ja, danke. Äh, jetzt, da die Größe Gefahr gebannt ist, können wir Bäuerin Meier die Aufsicht über die Felder überlassen. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir bereits das Schlimmste hinter uns gebracht haben. Nein! So, Crusher, äh, äh, die Fischerei ist genauso wichtig wie unsere Felder und sie ist sogar noch größere Gefahr, sollten Anglerfischer kommen, sollten verwacht werden. Weil sie euch verirrt, folgt einem. Wir müssen zu den Weißwasserschnellen eilen, bevor es zu spät ist. Äh, gerade eben schnattert die noch was davon, sie wäre so uralt und könnte nicht mehr so schnell und jetzt, hier, guck mal. Alter Schwede, was hat die denn an Proteinshakes gefressen? Oh, oh, und weg. Einfach, einfach so. Einfach weg. Hush. Na, egal. Juhu, ach Mutti, da bist du ja schon wieder. So, was will er von uns? Ich bin froh, dass ihr gerade jetzt kommt. Mit Drogba sind dabei. Achso, die Drogba sind dabei, ihre Angriffe zu verstärken. Tschö. Verteidigung der Flusslande. Ach, gleich eine Bonus-Quest, das ist schön. Dann gibt's wieder richtig eine Packung, äh, ne, befreit die Gefangene, tauchen und flossen hin. Drogba haben so viel von uns zusammengetrieben, wie sie konnten und in eine Höhle in die Nähe gebracht. Wenn ihr schnell handelt, dann könnt ihr sie, glaube ich, retten. Ja, ja, das kriegen wir. Oh, jetzt gibt's aber hier einiges an Fischer an Land. Werft acht Weißwasserfische ins Wasser? Machen wir. Spürt die Drogba an einem Weißwasser-Schneid. Ja, das machen wir auch. So. Da haben wir einen Guas-Eathen bekommen. Ach, da ist noch eine Quest. Die Felsen hören den Drogba. Scheiße. Die hole ich mir auch grad mal. So, erstmal müssen wir die hier jetzt befreien. Oh, was ist das denn? Die wieder ins Wasser werfen. Und tschüss. Äh, was? Diese Felsen hören den Drogba. Ach, halt doch die Fresse. So, jetzt aber. Nein, Fisch! So, jetzt. Oh, wer versteckt sich denn hier? Hajo! Scheiße! Scheiße! Ich sauf ab! Seid gegrüßt. Äh, Musis verbleibt mein Sohn. Sie haben ihn mitgenommen. Meine Frau und ich haben uns aufgeteilt, um ihn nach ihm zu suchen. Ja, ich sehe den Sohn. Die ewige Sünde möge euch begleiten. Ach so, Sonne. So. Was haben wir denn? Als erstes haben wir hier jetzt die... große Quast. Hallo! Hallöchen! So, dann müssen das hier die Gefangenen sein. Mal gucken. Yo. Schön. Waren das schon alle Gefangenen? Ja, anscheinend. Aber anscheinend waren das alle Gefangenen. Gut. So, Verteidigung und Fußnahmen. Hier machen wir jetzt weiter. Wie kann ich euch helfen? Huuuuhh. Wie kann ich euch helfen? Und das ist das ganze Geröme. Wie kann ich euch helfen? Ich gucke die Gefangenen. Und die Gefangenen werden. Ich gucke die Gefangenen. Ich gucke die Gefangenen. Ich gucke die Gefangenen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh, was ist das denn hier? Oh, wie süß! Wie süß ist das denn, Victor? Oh! Oh! Das ist Mosey. Moseys Abenteuer. Mosey treibt einen Fluss hinab und muss wieder zu seiner Mutter gebracht werden. Das machen wir doch. Ach so, wisst ihr was? Ich hab doch... Irgendwo hier so einen schönen neuen Ring begonnen. Nee, den wollte ich ja noch anlegen. So. So. Alle Aufgaben abgeschlossen. Das heißt, wir bringen jetzt erstmal... ...die Quests zurück. Und dann bringen wir Mosey nach Hause. Wow. Wow! Wow! So, Lob, ich werde hier zum Offen. Der Fluss nähert uns. Achso. So, dann, was nehmen wir denn? Joa, nehmen wir erstmal hier die Handschuhe, ne? Möge die Erdenmutter euch in die richtige Richtung treiben lassen. Die Erdenmutter behüte euch. Mögen eure Flüsse immer üppig sein. Ja, aber, ähm, wie ich schon gesockt habe, erst bringen wir jetzt das Kind noch nach Hause. Und lassen Sie mich nicht diese ganzen bösen Fights hier sehen, die wir hier machen. So, dann holen wir uns die andere Quest wieder. Nein, ich habe das Baby verloren. Ach, du Scheiße. Aber wo? Ist die Quest trotzdem erledigt? Wo habe ich denn das? Ah, oh, nee. Also, nee, jetzt machen wir das doch mal anders. Dann reite ich jetzt zurück. Und, ähm, ja. Gehen wir doch nochmal jetzt schnell zu Questmaker, weil, ähm, äh? Muss ich die Quest dann da abgeben oder was? Bei der... Ach, weißt du was? Hm, dann ist die bestimmt auch dort. Können wir die da abgeben? Dann müssen wir die gar nicht beim Dings abgeben. Dann holen wir uns jetzt doch erst die Quest. Beziehungsweise, ähm... Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüsschen!